Wenn ich das Upload lasse, macht das was? Braucht das Leistung? Äh, nein, das ist wie bei der Autobahn. Danke kotzitze. Hä, wie danke kotzitze? Ja, dann komm ich schon bis 5. Hä? Hallo, wir gehen auf das Halt für die 3, 2, 1... Ach der Heilige. Jetzt sind die Menschen beide alleine, so weit ich weiß. Also müssen wir vor denen keine Angst haben. Wo ist das für ihr? Lege das bei dir. Nein. Gut, bist du da drauf? Ja. Die Zockerwatte ist gestorben. Nein. Oder schon. Das hat der Angler jetzt gegen die Jack geschrieben. Warte, mach mal die Lampe draus. Ist gleich mit Farmen einfach dies. Hu, jetzt war ein Creeper. Stimmt. Das hast du ja gesehen. Puzzle, 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 Puzzle. Ja, ja, ja. Nur noch die Ruhe. Noch mal innen alles lassen. So. Ich mache eine Zeit drauf verschreiten. Hast du da zufälligweiss explodieren? Nein, aber du hast auch eine Emeralds. Emeralds? Ja, er ist schon zum 3. Mark. Jetzt ja manchmal sind. Oh, Dios! Ernsthaft! Ja. Alter, wie nice, ey. Unter dem Goats. 1, 2, oh, 3, 4. Oh, wie nice. 5 Stück. Als ob. Jetzt habe ich 18 Dios. Nice, ey. Treffen für Zauberer. Ja, komm wir. Okay. Nein, wenn wir nicht noch in den Farn, ich bin jetzt auch in den Farnbiber. Kann man schon. Nein, komm, wir treffen uns. Ist gut. Weil, dass wir... Oder, wenn wir... Würden wir warten oder etwas zaubern? Nein, ist gleich. Wir dürfen nicht auf den Farnbiber. Äh, ich bin dir. Kannst du zu mir kommen? Ich bin hier bei einer riesigen Lavasee. Kann ich, ja. Äh, minus 149, 13, 95. Ist gut? Ja. Gehen wir nachher der dort weg, oder muss ich das muten? Nein, nein. Das ist egal. Ich meine, ich werde schon jetzt noch nach. Schreib es heute auf Discord, bitte. Kann ich es nicht in den Chat schreiben? Ich hoffe, schreib es in den Chat. Und dann raus, die Klatschen ist. Ja, nein, nein, nein. Loh, ich habe einen Strip-Mindgang gefunden. Der Steiner. Ja. Ich hoffe es. Ja. Aber ich bin auch ein bisschen abgeschweift von dort. Ja. Ähm, ich mache schon Zauber-Tisch. Ich habe ja alles dafür. Ja. Ich stelle hier so. Ich stelle hier so. Ich stelle hier auf und alles. Nice. Ich finde einfach so die Nadia. Die Nadia findet Pro. Äh, du musst dann... Ich habe leider wenig Kohlen. Du kannst mir das bringen. Ja, ich habe 64 Kohlen. So, also. Ich mache... Äh... Zauber-Tisch. Weisst du noch 11 Stücke? Zauber-Tisch. Wie viele Liter hast du? Äh, warte. Es muss sofort füllen. Es ist ein Ganfall. Da brauchen wir eine. Ja, noch genug Liter. Wie viele? Äh... 17. 17? Okay. Dann können wir schon recht viele Bücher machen. Alter. Mir ist ein Glück. Warte nimmt auch besser das Gold draus. Dann können wir noch einen Campus machen. Ist gut? Mhm. Äh, komm Knochen. Er braucht schon Knochen. Er braucht schon einen Handtöpfel. Du? Nope. So, schau. Vielleicht sind sie hier noch gleich eins. Er macht es für die nächste Folge. Ja, darf er ja. Ja, ich habe nichts dagegen gesagt. Aber irgendwie ist es ein bisschen verdächtig. Ja, ein bisschen verdächtig, ey. Obwohl... Obwohl es gar nicht verdächtig war. Hier ist noch Lapis Lazuli. Und Redstone. LOL! Giftspin... Giftspinnel-Dings. Giftspinnel-Spawner. Fallen ab. Wir brauchen keine... Das ist gut. 3 Minuten. Rename. Easy. Wir schiessen die an das Weg für Spinnnelchen. Nein. Oh, Creeper, Creeper, Creeper. Alter, überlebe es einfach. Ja, du hast voll den Rast. So viel Sieg mir den. Okay, gut. Er hat ein Zombies weggesprankt. Aber da ist noch einer mehr. Oh, 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 oh. Nein. It's a prank. Okay. It's a prank, it's a prank, it's a prank. Oh Gott, Lava. Stirbst du? Nein. Ich bin nur durch Luft. Was? Ich stirb aber jetzt gut. Ich habe Creeper. Keine Redstone kaputt machen. Mal, wieso? Weil da gerade über einem Redstone explodiert ist. Das ist einfach nicht passiert. Okay, irgendwie sollte das schon kaputt gehen. Okay, hier sind richtig viele Mobs. Es ist wirklich gefährlich, wenn sie da machen. Ich erlebe noch ein gutes Jahr. Loll eine Kiste. Eine Kiste? Melonesamen. Oh, oh. Und zwei Dias. Und zwei Alten. Ey, verarschst du mich. Nein, ich schwöre. Oh, Creeper. Oh, du stirbst nicht. Von hinten ist er gekommen. Und Emeralds. Aktuell ist es bei uns los, ey. Wir müssen uns nicht rüstig machen. Ey, ich war hier gerade im Lavaweg machen. Sieh, wer kommt von hinten. Sicher, ein Creeper kommt immer von hinten. Ich schwöre, ich schlaue dreimal. Ich schwöre, ich schlaue dreimal. Ich schwöre, ich schlaue dreimal. Ich mache Anboss. Ah. Das macht so Spass. Ich habe so viele Level und so viele Redstone hier. Ich habe mir... Äh, warte, wie viele Dias hast du? Äh, fünf. Fünf? Ich mache zwei Brustplatten. Ich habe zwei Dias Brustplatten gemacht, hä? Ja. Ich mache... Kannst du deine selber verzauern? Dann mache ich nochmal mein Zeug. Gut. Mhm. Gut, hast ja auch genug. Noch eine Kiste. Nice. Noch eine Kiste. Ah. Schau. Schau, das kenne ich. Ah. Hey, ich bin noch. Oh, der Wessel. Schau, das kenne ich nicht mehr von hinten kommt. So wie der Petri Taubaner. Was ist passiert? Ja, sie waren nackt und dann kam sie von hinten. Grape. Hast du das nicht gewusst? Nein. Der Däner. Das habe ich nie mitbekommen. Ich bin wahrer Jesus. Okay, mit den Büchern habe ich auch gleich nochmal Glück. Stärke. Stärke. Schutze. 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 Okay, warte. Pass auf, was ich jetzt mache. Passt mir gut zu. Schutze eins. Schutze zwei. Schutze zwei. Schutze zwei. Schutze drei auf der Dias Brust. Soll es eigentlich schon ansehen. Letztes Mal habe ich ihn vergessen so anzulegen, wo wir die Kämpe. Ist noch. Ja. Das war schlimm gewesen. Ja, es gibt null Dias. Wie viele Dias hast du noch? Stimmen wir die Kontinaten noch? Ja. Okay. Ich bin noch genau dort. Ich bin noch ein Dias. 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 Aber die Rüstung, so gut wie möglich. Ja klar. So weit, so klar. Ich hätte da auch eine Kiste, wo ich ein bisschen alles decaye. Das es mir nicht nehmt. Toll, jetzt darf ich mir 200 Blöcke reinbauen. Ist ja gleich. Vielleicht findest du Matthias. Machst du auf jeden Fall auf der Dias? Ja. Ist ja mal gut, oder nicht? Ich brauche da. Aber irgendwann sollten wir schon hier werden. Ich meine, wir hätten diese Korts-Post. Vielleicht kommt er anders an. Vielleicht ist sie schon auf dem Weg. Kommt. Alle zu den Korts. Wir sind auch sicher dort. Schreib dort ist keine Falle. Und Dias. Keine Falle, sondern Dias. Dann kommt er sicher nicht. Oder dreht er vielleicht 33 dumm, wenn er die Tür bekommt. Ja. Ich schwöre, wenn der kommt. Und klatschst du in die Säcke? Hä? So, ich schreibe sie nochmal mit dir. Ich habe 30 Federer. Nice, ich habe 7. Nino, komm schnell, ich brauche eine Kalle. Ja. Ich bin dran, ich bin dran. Noch 100 Blöcke. Wenn nicht kommst, dann bin ich dann alleine. Wenn dann plötzlich... Der Albaner plötzlich kommt und mich will drapen. Irgendwo gehöre ich Wasser. Das ist, ich muss es vielleicht nicht mehr ausbauen. Ey mit der Maus, ich kann so nicht kämpfen. Was soll ich machen? Ich kann so nie kämpfen. Übe. Okay, Schärfe. Ich habe schon eins Schärfe schwer. Komm schon, gib mir Verbrennung. Okay, noch 160 Blöcke. Okay, Rückstoss. Das ist schonmal... Sehr scheiße. Hey, darf ich mir einen Helm machen? Oder will wir auf einer Hose sparen? Ich würde auf einer Hose sparen. Ich würde auf einer Hose sparen. Ja, da ist eine Hose sparen. Aha, okay. Ich würde auf einer Hose sparen. Ja, komm, warte noch. Du. Du, ich meine, wir sind gerade so im Rausch. Jetzt hast du gerade Horte gelegt. Ich meine... Okay, jetzt ist noch ein. Ja komm, stehen. Wer braucht schon stehen? Du. Hast du noch viel? Wie ist das? Oh nein, darf nicht mein Schwert? Noch 100 Blöcke. Easy. Und da hast du keine Dias gefunden. Nein. Schade, schade. Schokolade. Ich würde zuobern meine Schuhe. Weil sie sind auch die, die wir im Letzten hatten. Loli, hast du deine Jacke gebaut? Der hat dort diese? Nein, hier. Was ist das? Ja? Loli, hast du die Stelle gefunden? Nice. Da hinten steht dein Crafting Table. Hier bin ich vorhin gewesen. Ich habe gerade meine Rüstung rausgezogen. Ah, hier ist die Lava, die es so komisch gepackt hat. Hä, was? Aber da bist du noch gar nicht nach. Also es hat ja nicht gepackt. Es ist eigentlich immer so. Es ist einfach nur blöd. Einfach nur 100 Blöcke. Ich habe noch 100 Blöcke gesehen. Ich habe noch 100 Blöcke gesehen. Ich habe noch 100 Blöcke gesehen. Gut, gut. Ich habe noch 100 Blöcke gesehen. 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 Komm schon, Dias. Gib mir die Dias. Gib mir die Dias, du. Oh Gott! Du bist über die Balloot irgendwie oder durchgeweisen? Ich habe hier Wasser. Ah, ich werde gleich in die Lage gelaufen. Das ist doch... Ich habe gerade das Wasser, das geflossen ist. Und bevor ich reinlaufe... Alter, ich werde weit gelaufen! DIAS! Nein! Wie viel? Acht Stück! Acht! Acht Stück! Jetzt habe ich 14 DIAS! Oh mein Gott! Das ist nicht normal, wir können zwei Hosen machen. Alter, wir können wirklich zwei Hosen machen. Alter! Und ich habe noch 33 Gold. Geil. Und noch mehr Bratnix. Okay, jetzt hier. Noch 30 Blöcke. Nein, noch 40 Blöcke. Ah, dort ist vielleicht Lava. Passt auf. Ich höre sie. Okay, ist sogar noch mehr Gold. Links und vor mir. Ja, da ist sie. Ich sehe deinen Namen. Vielleicht bist du... Wir sneaken die ganze Zeit. Ja, jetzt schon. Aha, aha, ja. Gut. Hier, schau. Hier ist das ganze Zeug. Ja, ich sehe es. Höhle Lava. Hey. Gib mir DIAS. Dann kannst du nicht damit sterben. Hier, warte. EMERALDS! Alles ob! Was ist heute los? Ich habe schon etwa 6 EMERALDS. Pries. Nimm DIAS. Nimm DIAS. Warum hast du keinen Mann? Weil wir noch gecraftet haben. Hier, ich habe ganz viel Kohle drin. Mhm. Du hast noch Sticks drin gehabt. Ja, dort. Ich hatte schon zu 3, Alter. Ich bin wirklich ein Gangster. Bitte DIAS. Du hast hier noch ganz viel Kohle drin gehabt. Ah, im Zweiten. Nein. Du hast dich da. Ah, das war meine. Sorry, sorry, sorry. Ich habe die Kohle rausgenommen. Die hat Brust genommen. Nachher sollen die schon alle. Nein, alle meine Sticks sind da drin. Ich habe keinen Holz mehr. Die geht nicht kaputt, oder? Nein, nicht alle. Oder was schon. Nein, komm mal. Ich lege es nicht an, aber du kannst. Ich glaube, sie geht nicht kaputt. Ich muss einfach schauen, da sind nicht alle zu viele. Ja, hier. Danke. Hast du noch Holz? Ja, ich habe richtig gewastet. Warte, ich packe noch eins da drin. Ja. Ich mache auch ein Schwertes Gutes. Wenn es rein kommt und es killt. Ja, so ein Albaner, den ich so ignorate. Ja, ich zauberle jetzt die einfach auf Scheissdreck. Okay. Sollen wir gleich verzaubern? Ja. Aber ganz sicher. Die Brust auch. Die hat Brust. Ja. Ich habe ja einen Schatz drin. Ich habe ja schon gesehen. Okay. Okay, 5 Minuten. Du joinst immer vor mir drauf. Das andere jetzt könnte ich so. Da kommt die Hauptpaket. Nope. Irgendwie ist noch Lava anscheinend. Okay, ein Grauschatz drauf. Okay, gib mir Verbronnungen. 3 zu 1, 2. Soll ich ein neues Schwert craften? Das ist fast kaputt. Kann ich deine Tias? Ja, mach. Klar. Ist weg. Hier, Tias. Warum habe ich die Hose verzaubert? Oh, danke. Jetzt habe ich auch die Hose. Jetzt müssen wir noch die Hose zuschiessen, bevor die Spade Hose craft ist. Warte. Ich habe jetzt Quaschmacht. Ja. Ja, aber hättest du nicht so selber bekommen. Ja. Oh, jetzt. Oh. Jetzt tun wir wieder. Jetzt geht's. Nein. Probier nochmal. Vielleicht muss ich alle droppen. Hä? Gib mal. Ich droppe mal alle. Hier. Hier. Hä? Egal. 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 Die Craften Hose. Und die Mal packen sie weg? Gibt ihr die Obsidian in die Lava durch? Äh, hier. Hier. Ich mache meine Hose auf Schottstrium. Hey. Das gibt's gar nicht. Letztes Jahr habe ich auch nicht alles ein Glück gehabt. Alles oft. Okay. Ja, schon. Alter. Nichts, Mensch. Alles. Hopp. Diese Glückstränen. Ja, du kannst die Melonen kennen vor den Schossen. Äh. Alter. Ist oft. Man kannte dann auch schon mal in Nettes. Wir brauchen ja noch ein Level. Ich kannte die ein paar. Ja. Das braucht man gar nicht zu finden. Wir brauchen noch 8. Schaffen wir das noch? 18 Diaz? Jetzt? Nein, nein. 18 oder 8? 18. Warum? Erfolg lang komplett farmen. 18 Diaz. Emeralds! Meint das? Hier, nimm ihn. Du hast ja auch Emeralds. Ah, vielleicht gibt es ja die in dem Biome. Das kann es sein. Nein, nein. Also, ich habe keine eingesammelt. Warte. Äh, warte. Schutz auf die Hose. Dankeschön. Ich habe nicht deine Leder. Achtung, hier ist ein Cripa. 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 It's a Cripa. Minecraften. Weiss nicht was. Ah, da sind zwei Cripa. Oh, drei. Drei. Hast du gesehen, dass ich jetzt wieder bei dir bin? Ja. War riesig mir ruhig gelassen. Hing dir! Nein. Stopp. Stopp. Nimm die Emeralds, die dort liegt. Ich fange an zu achten. Emeralds? Nein, ich habe es auch nicht eingesammelt. Ich habe es vorher schon gesehen. Ähm. Leder, Leder, Leder. Danke, danke, danke. Ja, hier nimm das Leder. Sind das zusammen? Ja. Vielleicht wachst du schon eine. Samen. Kannst du das nicht machen mit den Knochen? Mal, mal. Aber eben nicht zum Wachsen bringen. Ich kann es einfach erwachsen machen. Schau. Eben, was bringt das dann? Äh, vielleicht wachst es nachher eine. Aha, so? Weil zusammen kann man... Es gibt dann sogar mehr Samen, wenn sie erwachsen sind. Ah, stimmt. Es gibt ja Melonen. Hä? Aber dann kannst du einfach so, würde ich? Oder nein? Wie einfach so? Ja, ich kann es abkommen. Weil wir brauchen ja... Wir brauchen Egalok. Ja, aber... Hast du gleich? Wir brauchen Melonen. Kuhschubser? Ja, gar nicht gut, dass man das bekommt, wenn man Leder einsammelt. Mal. Leder bekommt man eigentlich nur, wenn man... Okay, ich habe jetzt noch 17 Bücher. Aber ich brauche es auch auf. Ich tue nicht. Es gibt gleich noch mehr Melonen Samen. Okay, dann lass. Ah, jetzt hat es mehrere gegeben. Ich brauche den Bücher auf. Ich tue den nicht auf... Ja. Auf Level 30. Sparen. Schärfe. Du hast ernsthaft, innen 30 verrotten zu fly? Ich weiss nicht, natürlich. Ja. Ja, 55 Gold. Alter. Geh, aber es gibt bei uns. Und da ist noch viel mehr. Äh, Nino, Nino. Was? Warte. Äh, wieviel Level hast du noch? Äh, 16. Okay, warte. Oh, kannst du auch die Hälte? Lass noch mehr Knochen. Ich habe die Hälte auch noch. Warte mal. Schutz. So. Äh, hast du noch ein Schutzbuch? Bleiben wir hier unten? Bleiben wir hier in den Koordinaten? Aber wir sind schon geschehen, weil es passiert, wenn es ihnen hierher kommt. Ja, da ist ein Fauler. Da steht hier unser Fauler. Ey! Hey! Ich hatte doch kein Holz mehr. Ich muss noch mal hier drücken. Okay, ähm. 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 Ich habe gerade nichts zum Droppen. Mal hier. Ich nehme alles draus. Nimm den Zaubertisch mit. Ja. Habe ich, habe ich. Gut. Okay. Das war in dem Fall mit dieser Folge. Ja. Ich gehe. Tschau. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.